Willkommen zu Let's Play Minecraft Part 10 mit dem da, mit dem Yoda-Skin Mit Luke, mit Yoda-Skin Was? Was hat das denn so geblieben? Ich hab nichts gegen dich gemacht Nein Wirklich? Oh, Leder! Leder Wir müssen gleich wieder fahren gehen, ne? Wir müssen hier vier Stunden Nur Bier schon wieder Und ich mach' dich nicht so ischakt Ok, dann darf du aber auch nicht den Verzauberstisch benutzen Welchen? Ne, Mann Verzauberstisch Ohhhh Darf dich nicht benutzen Darf dich auch so gut Alter sind die echt kalte Wiener? Da komm' ich nicht mehr wert Cool, nein, muss jetzt nicht, jetzt, nein, in den nächsten paar Was probier's Du hörst Wir brauchen Federn Hast du Federn? Ja, eine die doch ja 1 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 Bordentwicklung Achso, ich mag dich Ich logge nur zu dir Ja, warte, hey Was da? Feder gegen Spitzacker? Oh, ich hab sogar zwei Feder Feder gegen Spitzacker? Weil ich spitzte, was das da ist Wer die Feder nicht kriegt, du kriegst die Spitzacker Was ist denn, du Spann? Ja, hier hinter dir Ach, da bist du Spann Die ist sogar noch fast voll Fast voll So? Hä? Glückner Die gibt nie wieder was Hä? Die gibt nie wieder was Doch, du gehst noch mal eine Spitzacker Ah, da will ich vier Federn noch dazu Nein Das ist mein Gebiet Das ist mein Gebiet Nein Das ist mein Gebiet Nein Nein Scheiße Wie soll ich jetzt hier wegkommen? Du hast mit Boden Krass Du kannst mit tauschen Das ist mein Ernst Oder zehn Feuerstellen Äh, ich hab selbst Nur vier Federn Was? Zehn Feuerstellen und vier Federn? Was? Oder nur Federn? Ne, sollst du es aus? Hä? Ja, wow, keine Fehler, was soll das? Das ist veräppelt Das ist voll mies Ey, der hat Der Hünchen hat mich beascht Hünchen hat mich Du verdienst gegen Schwede den Kopf Oh, mein Gott, nein Ich muss spiel gegen Schwede an Oh, mein Gott Na, na, na Soll ich? Soll ich? Ich will noch was Okay Oh, weisen Nein, das ist meins Ey Was war denn das, Junge? Wofür hab ich den Scheiße ausgegraben, du? Ah Warte mal, ich will dir Ich will dir was zeigen, Junge Ich will dir was zeigen, Junge Mann? Ich will dir was zeigen, was ganz lustiges Okay Ich will dir was zeigen, was ganz lustiges Du musst das jetzt während der Aufnahme sein? Wieso? Das ist wichtig Ja, aber dann lass mir das wie Du musst das aber Ton ausmachen, ne? Nein, das soll gar nicht Das muss man tun sein Ja Das klingt falsch, ja Das klingt falsch, ja Da hast du Bock, nee, komm bock, nee, nee Nee, komm bock, 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 nee Alter, du beleidigst mich ständig Und du ignorierst das Weißt du, wie oft du mich beleidigt hast Gerade, schon in dieser ganzen Zeit Mindestens 50 Mal Nein Ja, ja Nein Bei dir, bei dir muss man dich einfach beleidigen Ja, dafür musst du Geld bezahlen halt Alter Das ist mit ihm scheiß Geld Weißt du was , weißt du was Weißt du was Ich mach von diesem Scheiß Netzpielen nicht mehr mit Weißt du Das ist mit dem Scheiß Geld Das klingt nicht so an Ich mach von diesem Netzpielen nicht mehr mit Das ist der Das hier der aktuellste Miss Die ganze, ganzen Welt je gesehen hat Jeder Vollidiot macht das Wir Männer auf jeden Scheiß Belandungen immer Immer Geld zahlen wir machen das so aus deinem Land zählen dir immer nie mit nur bei mir welche du versuchst dich zusammenzureißen aber klappt immer nicht welche du beleidest mich so äh ich hab dich noch gar nicht ja ich hab dich einmal beleidigt aber es wurde von deinem Geld wieder abgezogen das ist hier mal das Bild zurück zu ja wenn du schaffst hier kannst du mich nicht zu beleidigen weil du mich brauchst gar nicht mehr bezahlen ja ja versuchst also was ist denn die Spinne von dir die Partie aber nicht markieren Pär die Ferdinand so Glückabschau wenn du hier flüssig hast du Glück ab ok das ist toll 4 die Eröffnung auch was sie noch hier veröffentlicht der Europäer der Mann ein über die Welt und die Künfte schweigen die jetzt auch durch die auch Ich brauche Hunger! Du brauchst Hunger? Ich kann nicht mit Vollbarmen ins Bett gehen, das geht bei mir nicht. Das ist wohl nichts. Ich brauche mir gleich mal ein Bildkasten, wo du mir Sachen schenken kannst, wenn du willst. Ohne Klingel. Nee, dafür brauche ich nur ein Web-Stone. Hast du einen? Ein Web-Stone? Ja. Nein, weil ich so hab' ich nicht. Wollein, musst du drüber machen. Okay, dann fahr' mich nur halt nur so. Oh, okay. Junge! Alter! Hast du noch was du mitgenommen? Ich hab' dich mitgenommen. Nein! Wieso machst du das denn? Eins! Kommst du nicht. Junge, wieso machst du das nicht anders? Nimmst du den ganzen Deckel und packst nur ein Urschluss? Nein, ich mach' nicht, das hat Urschluss gesagt. Du machst das jaackig. Egal, ja! Ja, nicht Schools. Nein, du machst das jaackig! Ja, da muss ich Craig própria rein! Schau auf die mir! Nein ähm da! Da! Redstone! Die wollte ich! Oh das klingt voll scheiße! Braucht man dafür hier so einen Schall haben? Braucht man dafür hier so einen Schall haben? Nein dafür nicht! Sonst muss ich einen Diamant ausgeben um das zu machen! Schuss! Schuss! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Damit es ein besseres Horn ist! Scheiße! Das ist eine gute Klingel! Werden die sagen dass es eine gute Klingel ist? Das ist eine gute Klingel! Deine Klingel scheiße! Meine Klingel? Was hast du vorhin gesagt? Dass es eine Klingel scheiße ist! Du auch! Ich weiß dass meine Klingel gut ist! Wenn du klingeln musst musst du hier auf die Klingel drücken! Nein! Hörst du das? Ja! Warte ich kann dir das mal zeigen! Ja! Das ist eine Klingel! Weil die beiden mit einem Block verbunden sind! Da sieht man sogar die Rote! Weißt du das ist eine Klingel! Geil! Und jetzt! Warte mal! Damit es quacken kann! Machen wir auch! Hä? Machen wir auch! Ja! Ist es okay? Nein! Ist es nicht im Klima! Ähm! So drei Truen! Und dann doppelt Truhe hier! So! Und eine Truhe dafür voll gerne noch ein! Aber ich habe sogar zwei Truhe dran! Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Was wäre das? Die Idee liegt dir! Doch! Nein! Die Idee liegt dir! Was ich hasse! ich weiß was du mich mag musst du mir nicht erzählen äh äh 1 2 3 4 5 okay wir müssen gleich mal wieder gehen alter nein hier ist viel Holz echt? du findest kein einziges Holz? ich find 3 Stück hat er recht ähm uhr ich muss ihn Holz Bauern ich geh's doch zerstörte ich geh' jetzt doch zerstörten lange er Scheiße Nein ich hab Honey Blöden Blöden doch Nein aber eigentlich so etwas wird der Bescheid wird das aber nicht scheiß ich habe der L die Börse er hat noch er wird bald er muss an aber auch da Ja. Nicht wie Papi, die jetzt erklärt. Nö. Die küsst du nur Uli. Was merk ich mir? Aua! Aua! Der hat mit mir gesagt... Aua! Schreck, der Bauer! Die Äpfel geht natürlich. Sauer. Ja, ja. Bielen sind zu süß. Morgen gibt's Gemüse. Nur morgen gibt's sauer und kurz ist der ganze Tag per Sau. Ja. Weißt du nicht? Ich weiß, wie der Tag per Sau ist. Ja. Nein! Das stimmt. Ja, ja. Ich hab es nicht quer. Ich dich auch nicht. Weiß ich gleich noch. Und hier beende ich den Tag wieder und Tschüss... Tschüss. Tschüss, wanted Pig. Und daran ist nicht so glücklich.